Ich hab mich eben heilen sollen. Wow. Das hat auch einen kleinen Bereich nur abgedeckt. Finde ich gut. Finde ich auch gut, dass mich Justin nicht getroffen hat. Alter, aber das dafür umso mehr. Komm, Alter, ich will dich downkriegen. Oh, scheiße. Zum Glück konnte ich das blocken. Dachte schon, das geht nicht. So. Im Zweifelsfall muss ich meine Humanity wieder benutzen. Das Ding möchte ich nur ungern verlieren. Wo ich doch jetzt schon so weit gekommen bin. Alter. Jetzt wird er wütend, wa? Er tänzelt auch viel mehr rum als vorher. Mach doch nur noch die richtigen schönen Arschloch-Attacken. So. Sauber. Richtig gut. Boah. Das war ne Anstrengung. Da will ich dich jetzt aber auch satt Seelen für sehen, bitte. Ring des Unheils, okay. Ritterseele. Jo. Oh, Heldenseele. 60.000. Na, da geht doch was mit. Ja, müsste ja sogar noch Rüstungsverbesserung drin sein. Boah. Ah. Bäh. Das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Dagegen war Artorias der Ritter ja einfach. Ich hoffe, der Weg lohnt sich. Boah, der lohnt sich nicht. Feile. Für den großen Bogen. Oder halt für, wie ist der Krog? Für den seinen Bogen. Den kann man bei ihm, glaube ich, kaufen. Oder muss man ihn dafür killen? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt wird die Humanity wieder wegpacken. Was nehm ich die nur? Äh, ja. So. Yeah. Richtig viele Seelen. Schauen wir mal, was wir daraus machen könnten. Die Heldenseele noch dazu. Das sind schon mal 86.000. Habe ich auch noch ein paar kleinere. Wenn ich die Rüstung voll verbessert kriege und das Schwert voll verbessert kriege. Da bin ich schon sowas von zufrieden. Was ist denn hier los? Pass auf, Drache. Ja, versuch's mit Schweifen. Ja, das haben wir uns jetzt einfach mal gespart. Ich bin da nicht so super scharf auf die Waffe. Ich bin da schon wieder so lange. Naja, geht. Eine Stunde, eine halbe Stunde wieder. Meine Güte. Hä? Seltsames Geräusch? Dieses Licht hier macht Geräusche, oder was? Bei so einem seltsamen Licht, da brauchen wir sich nicht mehr über Geräusche wundern. Run, Forest, run. Ich frag mich, was passiert, wenn ich die Alte jetzt weghau? Nachher wird man dafür bestraft. Zum Ende hierhin fang ich glaube ich an, alle umzubringen, oder so. Das wär zumindest sehr witzig. Alle NPCs einfach mal killen und zum Boss. Fertig. Teleportieren. Boah, haben wir schon richtig viel hier. Meine Güte, da muss man schon nach unten scrollen. Kammer der Prinzessin, hätte ich gern. Geh mal zu meinem guten Riesenschmied. Der weiß wenigstens, was er tut. Nee, der ist einfach am besten, wenn man da am meisten kaufen kann. Boah. Auah. Nja. Lügner? Hä? Wer lügt? Ich doch nicht. Kämpfe ich noch gegen dich jetzt? Nur, damit's schnell geht. Anschleichen. So, ruhig. Scheiße. Erwischt. Ja. Aber ich ihn auch. Vielleicht lässt er noch so'n Brocken fallen. Nee. Nen dicken Brocken. Na, mein Bogenschützende Kumpel. Ich dachte, den kann ich mittlerweile auch mit einem Schlag weghauen. Wie gut die Seelen bringen, ne? Die sind nicht viel stärker. Und bringen gleich mal eben das drei-, vierfache an Seelen. Zufall? Bambambambambam. Freude! Ja, genau. Was ist das? Schöner, schöner. Siehst du das? Ich mache Wehwelschöner. Äh, ja. Nimm mal. Ich verstehe das. Schöner, schöner. Ich mache Wehwelschöner. Ich verstehe. Naja, da kann er jetzt Kristallwaffen quasi aus normalen Waffen machen. Die sind ein bisschen stärker, aber gehen halt auch recht schnell kaputt. Finde ich ein bisschen blöd. So, was wollte ich? Das Schwert verbessern. Ausrüstung, Waffe verstärken, ja. Wäre schon richtig gewesen. Bzzz, 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 bzzz. Wo haben wir denn das gute Stück? Da ist es. Oh, es kostet einfach so viel Geld. Egal. Hau raus. Vier Drachensteine bräuchte ich nochmal für die letzte Verwässerung. Bringt nochmal ein bisschen Extraschaden. Aber wie man sieht, 540 Schaden, das ist schon einiges. So. Rüstung verstärken. Da habe ich auch noch genug Geld für. Sehr gut. Hier nochmal und da nochmal. Da habe ich immer noch zwei Funkelteile. Nice. Sehr gut. Für was auch immer. Obwohl, damit könnte ich dieses Ritterschwert nochmal verbessern. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das kann man ja auch nochmal rausholen. Eine Stufe Verbesserung. Da macht er aber auch nicht so krass Schaden. Nee. Nee, da warten wir lieber nochmal. Nachher ist noch irgendwas anderes, was man braucht. Das Rüstung umwandeln. Jetzt habe ich noch 40.000 Seelen über. Was soll das? Ich dachte, ich kann das Schwertigst noch mal verbessern. Aber ich brauche noch drei Drachensteine. Ich weiß gar nicht, ob man für die Zombie-Drachen jeweils einen kriegt. Dann könnte ich da einen und da einen schon mal holen. Dann wollte ich noch einen Drachen steilen. Wo kriege ich den her? Außer von dem Drachen auf der Brücke. Weil. Nein. Von dem lasse ich lieber die Finger. Der macht nur Ärger. Wieso habe ich eigentlich von dem Drachen neben kein Drachensteine gekriegt? Das wäre doch mal was Schönes gewesen. Naja, gut. Ich kann aber eben die Waffe ausprobieren quasi. Hoffentlich ist die jetzt nicht scheiße. Ja. Bla bla bla. Gewicht 24. Ultra-Grosschwert. Bisschen blöd, dass die einen langsamer macht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das kann ich noch stemmen. Aber wenn ich sowieso schon langsamer bin, kann ich eigentlich auch noch mehr Rüstung anlegen. Dann kommt es darauf nämlich auch nicht mehr an. So, jetzt hat die Waffe natürlich ihren, wow, normalen Angriff. Ah, fuck. Dieses Arsch blockt einfach mal alles. Und das zufällig mit seinem Kackschild. Ah, 318 Schaden. So, okay. Dann hat die Waffe aber noch einen ziemlich zerstörerischen Zweiteangriff. Wenn man das Ding doppelhändig nimmt. Der macht nämlich nochmal ein paar Mal Damage danach. Und wenn man dann in den, äh, Bossgegner damit reinprügelt. Dann macht das richtig, richtig dolle Schaden. Boah. Okay. So macht aber auch schon mal die Schaden. Ach, aber die Reichweite ist auch beschränkt. Ist ein bisschen schade. Aber für Bossgegner könnte das klappen. Hat das jetzt so viel Schaden an der Waffe, wie wir hinterher lassen? An der Waffe. Robustheit. Bla, 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 bla. Wo war denn nochmal der Zustand? Hm. Hä, 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 hä? Nee. Hm, weiß ich nicht. Die könnte ich auch mal weglegen. Schade. Ich dachte, es hätte gereicht, um mich wieder schnell werden zu lassen. Da müsste ich dann schon ein bisschen mehr ablegen. Wenn ich das Schild ablege? Ja. Dann geht's. Und das Ding dann quasi beidhändig. Bäm. Das wäre das Richtige für die vier Könige. Einfach hin und draufhauen. So. So. Aber die vier Könige mache ich jetzt nicht, sondern... Ich denke mal... Grab mal der Riesen. Ja, ja. Oder doch dieses Kristallarschloch. Der müsste hiermit eigentlich auch ganz gut machbar sein. Aufsteigen. Was haben wir denn hier so? Noch ein bisschen Kondition erstmal. 12.000 Seelen bleiben über. Wie viel brauche ich dann? Scheiße, wenn ich nicht hier gucke. Ein Aufstieg 31. Kriege ich das noch zusammen? Könnte klappen. Ein Held. Und was haben wir denn noch? Noch ein Ritter. Was bringt der? Ach, 5.000. Dann kriegen wir das doch locker zusammen. Zack. Vielleicht noch ein Level hinterher. Aufsteigen. Vitalität. Äh, Vitalität. Dö, dö, dö. 122 Belastung. Da können wir ordentlich was stemmen. Dö, 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 dö. Kann ich direkt so gerade mal der Riesen? Oder muss ich da... ...wieder durch die ganzen Katakomben scheiße gehen? Steindrache. Steindrache. Tochter des Chaos. Bla, bla, bla. Hab ich da halt nicht annähernd irgendwo ein Leuchtfeuer? Das war ärgerlich. Das war richtig ärgerlich. Müssen wir da noch mal durchsprinten. Wusch. Plötzlich ändert sich so die ganze Soundatmosphäre. Ich bin glücklich, dass Sie gut sehen. Ist es etwas urgentes? Äh, jetzt frage ich dich. Willst du was erzählen? The beings who possess these souls have outlived their usefulness or have chosen the path of the wicked as the primordial serpent. I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Okay. Farewell, chosen. Farewell. Eine sehr nette Urschlange, wie er sich selbst nennt. Tod. Tod. Gefällt mir. Tod. Ja, solange man nicht blocken muss, ist das schön. Aber wenn alles mit deinem Schlag tot ist, dann braucht man ja eigentlich nicht blocken. Nöööön. Du willst runterfallen, habe ich gehört. Zumindest willst du an mir vorbeispringen. Hup. Ah, die gute alte Dunkelheit. Hier habe ich sie vermisst, oh, tschuldigung, oh, was ist los, äh, wo kommt der einen jetzt, ja, eben waren hier noch nur drei. Bäm. Haben wir schon mal das erste Leuchttor erreicht, boah, ich muss noch mal ein ganzes Stück weiter, sonst scheiß und wieder an den scheiß Skeletträdern vorbei, oh, richtig schlimm. Naja, das mache ich mal in die nächsten Session dann. Ja, das mache ich mal in die nächsten Session.